Ordentliche Kündigung. Unser erster Punkt hier. Und wir haben gesehen, wir arbeiten mit dieser Polarisierung Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Wir haben gesehen, dass das falsch ist, aber wir übernehmen das jetzt hier mal, weil das im Moment so gemacht wird. Und wir schauen uns nun an, was zu beachten ist, wenn der Arbeitnehmer kündigen will oder wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer kündigen will. Und wir halten das zunächst mal sehr einfach, um zu sehen, wie die Verteilung hier ist. Der Arbeitnehmer oder für den Arbeitnehmer ist die Kündigung, die ordentliche Kündigung, problemlos. Halten wir das ruhig mal so fest. Problemlos, denn er muss nur die Form beachten. Und die Form ist Schriftform und Fristen. Das sind die beiden einzigen Dinge, die der Arbeitnehmer beachten muss. Und diese Dinge sind ausschließlich formale Dinge. Muss der Arbeitnehmer Gründe nennen? Nein. Muss er Gründe haben? Ja, er wird schon seine Gründe haben. Sonst würde er das ja nicht tun. Aber muss er sie nennen? Werden sie geprüft, ob sie plausibel sind? Nein. Es sind nur formale Anforderungen. Keine inhaltlichen. Sehen Sie das? Formale Anforderungen, keine inhaltlichen. Also könnte ich jetzt schreiben, ich kündige für übernächste Woche? Wenn das innerhalb der Kündigungsfrist ist, ja. Wir müssen die Kündigungsfrist beachten. Entweder wir haben die gesetzliche oder Sie haben im Arbeitsvertrag eine davon abweichende. Dann gilt die im Arbeitsvertrag. Sonst die gesetzliche, da schauen Sie, was passt. Wir haben das heute Morgen mal durchgespielt, zum 15. oder zum Monatsende. Und dann kündigen Sie, Sie in Schriftform, Fristen, fertig. Für den Arbeitgeber ist es schwieriger. Er muss beachten, die Schriftform, die Fristen, genau wie oben. Im Moment noch gleich. Naja, schon nicht ganz, wie wir gleich sehen werden. Aber sagen wir es im Moment mal so. Im Moment noch gleich. Und jetzt kommt ein Plus dazu. Plus Schutzgesetze. Der Arbeitgeber muss im Gegensatz zum Arbeitnehmer in den allermeisten Fällen Schutzgesetze beachten. Und wir verwenden im Moment, um diesen Unterschied zu zeigen, den Oberbegriffsschutzgesetze. Dahinter verbergen sich diverse einzelne Sätze. Das wichtigste ist das Kündigungschutzgesetz. Es kann aber auch sein, das Mutterschutzgesetz, das SGB IX oder diverse andere Schutzgesetze. Das fassen wir im Moment mal pauschal zusammen. Differenzierte Betrachtung kommt gleich. Um den Unterschied zu erkennen. Der Arbeitgeber muss also deutlich mehr beachten als der Arbeitnehmer. Und ich sagte gerade, schon bei den Fristen kann es ein Ungleichgewicht geben. Worauf habe ich hier gerade angespielt? Ich sagte vorhin, bisher gleich. Schriftformen und Fristen müssen beide beachten. Erstmal gleich. Und da habe ich gesagt, doch nicht. Worauf habe ich angespielt? Wir haben das vorhin besprochen. Die Staffel haben wir ja ab, oder? Richtig. Auf den 622 Absatz 2. Schauen Sie ruhig nochmal rein. 622 Absatz 2 bürdet dem Arbeitgeber eventuell längere Kündigungsfristen auf, wenn der Arbeitnehmer schon länger dort beschäftigt war. Schon da haben wir eine Ungleichüberhandlung. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Video-Coachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Video-Coachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.